So, und damit herzlich willkommen zurück hier beim DiveWars20 Modpack Let's Play Episode 12. Ich werde mich heute mal ein wenig kürzer fassen, denn ich weiß noch nicht, wie lange ich hier... Also, ich weiß schon nicht lange, dass ich hier aufnehme. Ich will nur schauen, dass ich die Folge so schnell wie möglich raushauen kann. Das war ja die letzten Tage mein wenig Problem. Leider. Und ja. Gut. Dann schauen wir mal, was ich da drüben gebastelt habe. Das dürfte man in der Meinung bis auch ziemlich gut gesehen haben, denke ich. Ich weiß eigentlich schon gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Muss ich auch ehrlich zugeben. Und wenn es hier schon zu lecken anfängt, dann werde ich gleich blöd im Kopf. Also, hier wird automatisch mitgekommen. Aha. Ja, spielst du. Ich schaue noch mal auf Peace From. Jetzt hat es mich rausgehauen. Also, hier wird automatisch mit Kohle versorgt, das sollte ich sagen. Hier haben wir jetzt auch eine Request Logistics Vibe. Und hier diese Arcane Olympics. Dann was haben wir hier. Nichts wirklich was Interessantes. Es sind Jetubes. Und wartet, Schaas habe ich hier vorbereitet. Okay. Ich schaue gerade hier in meinem Notizbüchlein, was ich mir da aufgeschrieben habe. Ah, genau. Genau, genau, genau. Obso, da. Das sieht man ja auch hier. Ich möchte diesen Formic Wandcore machen und Runic Armor. Das Ganze ist alles in Fusion Crafting, also mit diesem coolen Ding hier. Und, äh, was habe ich mir da noch aufgeschrieben, was mir da fällt. Diese Primer Charms, ich glaube, die braucht man für die Runic Armor. Äh, Artifice, genau, Runic Armor, da braucht man das, diese Primer Charms, da braucht man also Salis Mantis und dazu brauchen wir, ähm, Mana Beans. Ja, Thor, eine, bringt es natürlich. Die war, glaube ich, noch nicht komplett reif. Ja, also die Chance, dass hier zwei Tropen ist leider sehr gering. Aber, okay. Entschuldigung. Egal, dann schauen wir, was wir für diesen Wandscore noch brauchen. Äh, du, 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 Formateur. Silverwood, Wattscore, genau. Ach, da braucht man auch ein Salis Mantis. Ja. Gut, dann werden wir draußen irgendwo schnell. Zwei Mana Beans herorganisieren. Mana Beans, Mana Beans, Mana Mana Beans. Komm, das geht. Ah. Ah. Cobra hat man ja glücklicherweise fast immer dabei. Hep, hep, hep. Numero Uno. Entschuldigung. Oder braucht man da vier? Ich hoffe ja nicht, dass es war, wo war denn das drinnen? Äh, Archimie, glaube ich. Ne. Archivize. Ah, genau. Ja, vier Brosh. Also vier brauchen wir, verdammt. Vielleicht basteln wir jetzt ja auch so eine coole Farm, wie es der gute Die Wolf hat. Na komm, jetzt schmeiß das endlich runter, ich werde ja hier noch bekloppt. Wir müssen das die gleichen sein. Ne, oder? Weil dann, ja, wird es etwas komplizierter. Also es sieht so aus, es müssten es die gleiche sein, aber ich denke mal nicht. So, drei haben wir. Da hinten ist noch was. Auf normaler Höhe. Plopp. Oh, zwei gleich, danke sehr. Freue ich mich. Eine Mana Bienen Farm gibt es dann frühestens aber erst in einigen Folgen, wenn wir ein wenig was automatisieren konnten. Äh, Seelis, Mannes, wo wird denn das gecraftet? Ja, Arcae in Workbench, wo auch sonst? Und dann brauchen wir ein Dings noch. Eine Schad. Vier, so. Und ein Schacht. Ich nehme mal R, da haben wir so viele. Dann nehme ich die hier. Äh, Feier. Feier, das Schild hoffe ich jetzt. Zu wenig Sprudel da drin. Verdammt. Und zur Wand ist zu schwach. Das ist unser Zauberstab. Ah, verdammt. Natürlich fehlt es an Aqua. Aqua, wo ist die Minimap? So. Terra, Zombie-Spawner, Air-Order, T-T-T-Terra. Hm, hm. Ah, ist da Aqua gestanden? Ja. Dann. Umschalten auf Blaze-Modus. Hop, hop. Und Gas geben. So, da irgendwo durchgeschummelt. Jetzt halten wir ja direkt darauf zu. Das müsste entweder die hier sein. Ja, neun Aqua sind da drinnen. Egal. Sehr schön. wird schon reichen, hoffentlich. Hm, 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 hm. Wie ist man das? Sollte man da nicht immer eins extra haben? Für Infusion-Crafting? Ach, was? Das geht schon. So, ah, so. Formaturg. Silverwood. Ich möchte das auch noch gerne nicht in dieser Episode zeigen. So, eher Aqua. Aha, okay. Da braucht man vor jedem... Dings, was? Airfire, Aqua, Terra, Ordo und Entropy. Also. Hm, 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 hm. Terra sollte man ja auch da rausbekommen. Die bekannte, aber ich komme auf jeden Fall. Wie viel brauchen wir da pro Ding? Neun. Das heißt, insgesamt, äh, zwei Koppeln da jeweils raus. Auf neun müssen wir hinkommen. Äh, das heißt, zehn. Eigentlich. Das heißt, wir brauchen fünf von den jeweiligen Schatz. Fünf von denen. 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 Und fünf von denen. Dann frage ich mich, haben wir hier zufällig noch einen Hopper? Nee. Dann. Fünf Eisen. Eine Kiste. Und dann wird es schon schief gehen da. Fünf mehr Schatz. Hauen wir die mal rein. Leider kann man die Geschichte nicht mehr darunter stellen. Oh, sehr schön. Aber wir müssen da noch ein wenig umbauen. Ich dachte, das wird jetzt so rausgezogen. Obwohl, wartet mal. Das müsste eigentlich möglich sein. So. Und dann noch zwei von denen. Dass wir die so hinbasteln. Ja. Äh. Ne, da rüber ist ein wenig knapp. Kommer da. Kommer da. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Da her. Dorthin. Warum hat er mal das R nicht rausgezogen, ist die Frage. Ah ja, jetzt so das. Sehen mal eher sehr cool. Das wäre kakulieren hier ziemlich knapp, aber es wird schon gehen, wird schon gehen. Dann haben wir uns wieder mal kurz ins Bett. Und währenddessen kann ich hier einen Schluck trinken. Das wird jetzt sehr eine knappe Geschichte, dass sich das hier zum Laufen bringt. Aber wir schaffen das schon. So. Dann nehmen wir mal die fünf Wasserscharts. Zack. Dann werden wir gleich sehen, wo das gute Wasser reinkommt. Aha. Mhm. Ja. Sehr schön. Bringen wir das mal hier rüber, so. Da. Heute werde ich mir noch ein paar Jazz basteln müssen, daher. Ja, sehr schön funktioniert das. Genau so möchte ich das haben. Zack. Und die nächste Geschichte, Feuer. Das ist jetzt natürlich etwas kompliziert, das Ganze immer herumzubasteln, aber was soll's? Wichtig ist, hier bekommend Dinger. Ach so, habe ich die zwei noch zu vertauschen. Gut. Einen erleben kann man noch. Einen erleben kann man noch. Also hier ist das, glaube ich, hier ist das, glaube ich, drinnen, ne? Ja. Glas und so ein Wasser-Ding. Ah, das ist das Ding. Da war der Jazz, so. Da haben wir noch Slaps. Wir holen uns mal die. Glas-Paints brauchen wir. In der Zwischenzeit bastle ich hier ganz schnell einen Hopper. Das werden wir jetzt unbedingt einen größeren Raum machen sollen, naja. Alle Dinger wieder leer, genau, ja. Terra hätten wir jetzt auch. Artifice, nee, da. Formatage. Das haben wir, Aquahammer. Was haben wir jetzt alles? Er, Terra. Er, Terra, Aqua. Ignis haben wir. Aqua, Ignis, genau. Falkanti haben wir mit Sicherheit auch. Das heißt, es fällt nicht mehr Ordo und Perdizio. Genau, das sind ja die einzigen zwei Charts, die noch übrig sind. Jawohl, genau, es geht ja nicht mehr. Das muss man haben. Hm, 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 hm. Aha, da kommt Ordo hin. Blup. Blup. Den habe ich noch irgendwo hier. Den Viteros habe ich, so. Ordo. Ordo. Reikantio, oder wie das heißt. Ah, per Detail ist nunmehr, sehr schön. Sehen, genau. Leer, leer, leer. Genau, sehr schön. Dann platzieren wir die auch noch hier. So. 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 Normalerweise sollten wir jetzt alles haben. Hoffe ich doch. Dann werden wir aber wahrscheinlich doch über die Dings Minuten hinauskommen. Aber egal. Also. Silverwood One Score. Das Zeugwerk Hammer. Moderate. Ohje, ohje. Dann. Ja. Einmal alle Charts kann ich noch requesten. Für den Notfall. So. Silverwood haben wir auch, aber das wird in Sicherheit nicht zerstört. Denn das ist das, was in die Mitte reinkommt. Zack. Hammer drinnen. Seeles Mann, das machen wir natürlich jetzt Sorgen. Ne, nicht Tronig, aber es ist ein Blödsinn her. Ach so, Silverwood, ja. Ne, nichts, da uns Silverwood, sehr schön. Als man soll das immer hier ausbalanziert hin, basteln. Das heißt, also hier auf hier. Und. Da drüben ist noch einer, gell, ja. Also hier auf da. Und eine Partie haben wir noch? Ne. Ja. Eins mehr haben wir, glaube ich, als wir Podeste haben. Oh, das wird unbalanciert. Ja, genau. Okay. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ah, wird schon schief. Genie ist immerhin unser erstes Infusion gecraftetes Zeug hier. Noch hat es nichts runtergeschmissen, aber ich hoffe auch nicht. Oh, 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 oh. Alter Schwede, ich liebe diese Animation, ich habe dir noch nie selbst in Gang gebracht, muss ich auch mal zugeben. Ja, und irgendwas wollte ich jetzt sagen. Und die ist einfach nur elendig geil. Also was da der gute SNR auf die Beine gestellt hat, ist einfach Wahnsinn. Und da haben wir uns erstes Infusion gecraftetes Ding, Silverwood Rod. Und die ist jetzt ein bisschen extremer als die letzte, die wir bisher jetzt hatten. Also waren es Dinge, denn die speichert 100 von allen. Ich habe hier auch schon erforscht. Das ist ja nicht mal da, formium ist nur die Frage, wie macht man formium? Haben wir da vielleicht welches? Oh, die können wir mal anfangen, dann. Formium ist da, Archämie. also für berg anzio und ein eisen ich danke für die kiste hier hat uns natürlich sehr geholfen mit mir obwohl ich an der seite stehen lassen wird sich noch mehr kräften aber jetzt der obsela dieses infusion kräftig mal gesehen wisst ihr auch wie das funktionieren ist sehr sehr geile geschichte in meinen augen die kann man wieder zurück schicken schicken und was wir jetzt noch kurz anstoßen ist für die sei ruhig amor habe ich mir aufgeschließen was wir brauchen genau er kann hier braucht man auf jeden fall noch viel mehr insgesamt 115 ist die frage wo ist da viel drinnen steht das irgendwo ich kenne hier damals sie war gut und krebs könnte man schauen 1 auch 1 great gut nehmen von dem ich aber nichts habe naja egal ihr wisst wie das funktioniert jetzt das lustige infusion crafting hier wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wir werden sehen was wir tun werden aber jetzt war erstmal wichtig dass ich hier wieder eine folge habe um die für euch rauszugeben die müsste jetzt eigentlich am donnerstag kommen rein theoretisch und dann werde ich freitag landwirtschaftssimulator raushauen und das der nächste diable folge wird es dann hoffentlich montags geben oder zumindest im verlauf der nächsten woche ok bis zur nächsten episode ciao ciao ok